Was haben wir denn? Chevy Man. Oh, was ist der Chevy Man denn? Hallo, das ist ja GT Omega, P1000 wurden nachträglich mit dem Holikid geabredet. Oh, hier hat es sich aber einer ganz viel Mühe gegeben. Holy Moly. Das bin ich bei uns in Amerika, sag ich ja. Ey, das siehst du sofort an dem Raum hier, dass das an Ami-Land ist. Ich weiß nicht, wenn ihr euch ein Bild anguckt, aber das sieht original nach Amerika aus. So, was hat denn Chevy jetzt hier? Oh, Chevy hat auch alles gegeben. Chevy hat wirklich alles gegeben beim Bauen. Laptop und Tastatur. Oh, da ist ja wirklich alles dran an dem Ding. Hui. Okay, der Mosas. Oh, ein Powerknopf im Externer. Schön. Oh, Precision Sim Engineering Panel. Bin ich neidisch? Bin ich ehrlich? Wow, Chevy. Wow, Chevy. Chevy hat auf jeden Fall sehr viele Butt... Entweder hat er Buttkicker oder es ist wirklich das Soundsystem. Oh, im Fußraum die Kabel so gelegt? Ui, ui, ui. Obwohl, du wirst wahrscheinlich noch ein Stück vorrücken, ne? Chevy, ganz tolle Arbeit hier. Oh, wow. Das ist wirklich eine fabelhafte... Chevy fährt... Oh, Chevy fährt Nesca. Guter Mann, guter Mann, guter Mann. Chevy fährt Nesca. Guter Mann. Okay, hier sind ne Menge Kabel verbaut. Aber es ist trotzdem... Achso, hinten hängt der... Ne, das ist vorne, ne? Richtig schön aufgeräumt alles. Wow. Jetzt sag mir bitte nicht, das steht doch noch auf Rollen, Alter. Oder sind das diese... Ach nee, das sind, glaube ich, diese Buttkicker-Dinger zum... Uff, das sieht richtig gut aus, Mann. Ganz toll. Ne, das sind, glaube ich, keine Rollen. Das sind hier... Es gibt so ne Heatmover, Buttkicker, so ein Ding. So, was ist das? Ich glaube nicht, dass das Rollen sind hier. Das sieht aber richtig schön aus, Chevy. Wow. Wow. Ja, hier siehst du, das sind diese Entkoppelungs-Dinger, diese Mover, würde ich sagen. So, wie das aussieht. Geflogen wird hier auch noch. Also Chevy wirklich... Für wirklich diese Masse, die verbaut ist, sieht das wirklich extrem gut aus. Das ist überwältigend, das zu sehen. Xenetics. Was haben wir denn bei Xenetics? Xenetics, äh, hm... Alrighty. Oh, wie steigt denn Xenetics ein? Mit so viel Aluprofilen der anderen Seite, das ist ja okay. Interessant. Xenetics scheint sportlicher zu sein. Und lebt auch unterm Dach. Und hat Katzen. Aber es sieht auch super aus. Sag ich, wie es ist? Sag ich, wie es ist? Schön aufgeräumt, alles ordentlich. Aber auch hier schon wieder Boxen. Warum fahren immer so viele Leute mit Boxen? Irgendwie Kopfhörer nicht? Oh, hier wurde aber auch schon ein, zwei Mal ein bisschen was auseinandergebaut, du. Ja, wurde auch schon mal ein, zwei Mal was auseinandergebaut hier. Schönes Rick. Finde ich super. Oh, hier noch schön mit, äh, mit der Leuchte hinten dran. Prima. Auch schönes Ding, Xenetics. So, was haben wir denn hier? Knockback kommt noch um die Ecke. Knockback sitzt vorm Fernseher. Mit dem Stuhl. Tu. Hier sogar... Ui. Ich mein, warum nicht, ne? So kleine Goodies noch mal dran gebaut. Schön. Ist auch geil, vorm Fernseher zu fahren. So, was haben wir hier? No Drama Obama. Oh, warte mal. Das ist doch Trackracer, oder? Ja, dieses Alpine-Ding. Oha, das hab ich auch noch nie gesehen. Die Wheelbase so runter zu dir? Okay, interessant. Spielt auch Dart? Spielt hier Dart, glaub ich, bevor das Rick kam? Sieht zumindest so aus. Oh, Schnieke, was haben wir denn hier? Hä? Staubi? Staubi einfach zum 800. Mal seinen Rick eingeschoben. in jeder Episode? Staubi einfach schon zum dritten Mal mittlerweile drinne? Ey, aber fürs Meme machen wir Staubi einfach noch mal mit, ne? Ist das so? Ja, du Staubi, du bist, glaub ich, schon in jeder Episode warst du einmal dabei. Beim ersten Mal hast du es gezeigt, dann kam das AMG Wheel und jetzt noch mal. Aber du, alles cool, ist gar kein Problem. Ist ja ein schönes Rick. Ist ja ein schönes Rick. Zero, was hat denn Zero? Äh, sitzt Zero jetzt am Schreibtisch? So halb, ne? Das ist wirklich so in so eine ganz kleine Ecke gemacht. Geil, aber auch schön, Zero. Finde ich total klasse. Finde ich total geil. Mit wenig Platz noch sein Hobby. Äh, verwirklicht quasi. Was ist das für ein Wheel? Das ist ein, äh, Turn 20. Auf einer Fun Attack Box. Schön. Geil. Aber das waren aber heute auch schon wieder, da sind wirklich richtig, richtig krasse Ricks dabei. Da sind ja richtig, richtig krasse Ricks dabei. Wow. Ich sag's, wie es ist. Ganz, ganz toll. Richtig schick. Doh. Bis zum nächsten Mal.